Mary hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Mary hat ein kleines Lamm, das liebte sie gar sehr. Wo sie war, wohin sie ging, wohin sie ging, wohin sie ging. Wo sie war, wohin sie ging, das Lamm kam hinterher. Eines Tages lief es ihr, lief es ihr, lief es ihr. Eines Tages lief es ihr bis in die Schule nach. Da freuten alle Kinder sich, Kinder sich, Kinder sich. Da freuten alle Kinder sich übers kleine Lamm. Der Lehrer warf das Lämmchen raus, Lämmchen raus, Lämmchen raus. Der Lehrer warf das Lämmchen raus, doch es blieb in der Nähe. Und ganz geduldig wartet es, wartet es, wartet es. Und ganz geduldig wartet es, dass Mary wiederkommt. Warum liebt das Lamm Mary so, Mary so, Mary so. Warum liebt das Lamm Mary so, fragen die Kinder laut. Weil Mary liebt ihr Lämmchen so, Lämmchen so, Lämmchen so. Weil Mary liebt ihr Lämmchen so, erklärt der Lehrer schnell. Mary hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Mary hat ein kleines Lamm, das liebte sie gar sehr. Wo sie war, wohin sie ging, wohin sie ging, wohin sie ging, wohin sie ging. Wo sie war, wohin sie ging, das Lamm kam hinterher. Wo sie war, wohin sie gab. Aber wird um es nach sich. Wo sie kamel achter, wo sie sangi chor. Es gab einen theych, wer donationiert. Wo sie seusู Kleiner oder sie produziert.